Musik Sehr verehrte Gäste, liebe Narren und Narren, unser Bürgermeister hat eben schon Gäste begrüßt, die den Weg zu uns gefunden haben. Hier ist schöne Ratingen, um mit uns Karneval zu feiern. Das ist ja so die Mischung, die wir hier in Ratingen haben. Heinz Hülsert hat es ja mal gesungen. Eine bergische Sturkopp mit reinigem Humor, also kann es ja sein, dass der Ratinger sagt, äh, französisch, das wird anders ausgesprochen, als das geschrieben wird. Mach ich nicht. Tja. Also stellen Sie sich einmal vor, ich will Ihnen das jetzt mal explizieren, ein Ratinger kommt an diesem Schild vorbei, wo unsere Parkenstädte draufstehen. Und dann erzählt er hier oben... ... Applaus 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 Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus